Immer mehr Lehrer beklagen sich, dass ihre Schüler über Tisch und Bänke gehen. Kinder gehorchen nicht, sind aggressiv. Junge Leute sind Anforderungen nicht gewachsen, haben Probleme in der Ausbildung. Wir wollen wissen, warum das so ist und machen uns auf die Spur der kleinen Tyrannen. Nein, wir sind nicht in Berlin-Neukölln oder Duisburg-Marxloh. Das ist ein ganz normaler Mittwochmorgen in einer Schule in Erzen bei Bad Pyrmont. Unterrichtsbeginn ist 7.45 Uhr. Inzwischen ist es 7.50 Uhr. Langsam tröpfeln alle ein. Deutsch-Unterricht bei Klassenlehrer Schöndorf. Ich weiß ja auch, einige von euch rauchen ja auch. Ziemlich heftig wahrscheinlich oder regelmäßig. Deshalb denke ich mir, wir könnten uns mal ein bisschen Gedanken machen über Rauchen. Wer was zum Thema Rauchen zu sagen hat, möchte das bitte notieren. Nachher hübschen wir uns mal hier an die Tafel. Wenn ich nicht schreiben kann, weiß ich, wie sie auch sind. Los, schreib. Ich möchte einen roten. Eigentlich sollten jetzt alle konzentriert ihre Argumente aufschreiben, das Für und Wider in Stillarbeit zusammentragen. Pustekuchen. Dann schreib doch mal, warum du rauchst zum Beispiel. Warum ich rauch? Dann teile ich das doch mal. Hinten ein Geld, ein Rechtschreibfehler? Ja. Dann packst du wieder das Brot weg. Das ist das Impulse. Klar macht das Impulse. Aber Max Warte. Wir haben vorhin ausgemacht, bitte zuhören. Madita. Ja. Und keine Kommentare dazwischen. Die Leute wollen sich cool finden. Was hast du denn für eine Grammatik? Hat er eine Klappe? Also jedem ist das Rauchen selbst... Moment, Moment. Ist alles zu, oder? Bitte. Jedem ist das Rauchen selbst überlassen. Weil wenn man sich da einmisch ist, ist ja auch blöd, weil... Ja, jedem ist das nicht so. Richtig. Was ist, wenn man so viele hat? Anderen, die noch nie geraucht haben, würde ich davon abraten. Das ist teuer und sehr schädlich. Warum rauchst du selber? Ich habe gesagt, Anderen. Keine Nachfrage. Inzwischen ist es 8.15 Uhr. Ja, verschlafen halt. Also, mich hat keiner geweckt. Ich hatte auch keinen Wecker. Und warum kaufst du hier nicht einen Wecker? Das ist ja nicht so teuer. Kein Geld. Du musst doch alles in die Schule investieren. Nein, also, ich habe kaum Zeit und so. Und dann, ja, weiß ich auch nicht. Was willst du mal werden? Wie bitte? Was willst du mal werden? Friseurin. Und meinst du, das klappt, wenn du jetzt... Oh, scheiße. Wenn du morgens immer eine Viertelstunde später um die Ecke bickst und deine Kundin da schon sitzt? Nee, aber beim Praktikum war ich immer pünktlich und so. Aber irgendwie hier nicht. Warum hier nicht? Das weiß ich auch nicht. Fast jeden Tag. Und kann man das nicht auch in den Griff bekommen? Die Eltern wissen Bescheid, stand auch immer im Zeugnis, aber mehr kann ich da auch nicht machen. Also, Sie haben auch wenig Strafmöglichkeiten, oder? Ja, ich kann die mal nachsitzen lassen, aber das wird auch nichts bewirken. Und wie gesagt, Sie müssen jetzt mal eine Strafarbeit machen, mal hoffen, dass es dann wieder wirkt. Also, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel sagen, pass mal auf, die halbe Stunde, die du zu spät kommst, die hängst du heute hinten dran. Hilft das nicht? Hilft. Hör mal auf, bitte. Hallo. Hörst du mal auf, bitte? Danke. Ich kann das nicht sofort machen. Ich muss den Eltern erst Nachricht geben. Können also erst nächste Woche das machen, dann ist das wieder vergessen oder weiß man schon wieder nicht, warum das war. Ist das hier immer so laut? Ja. Ist immer so laut? Ja. Und macht dir das Freude, so zu lernen? Also, ich meine, da brauchst du auch noch Freude kommen. Ich sag ja auch immer, sie sollen leise sein, aber sie glauben ja mal nicht im Ernst, dass hier jemand draufhört, wenn man was sagt. Und wenn der Lehrer was sagt, hört ihr da drauf? Bei den meisten? Bei den meisten. Also, es gibt welche, die draufhören und es gibt sehr viele, die nicht draufhören. Warum brüllst du quer durch die Klasse? Zum Beispiel. Keine Ahnung, gleich hätte ich so jetzt gebrüllt, ey. Nein, ich weiß es nicht. Ja, ne, als wenn du jetzt gebrüllt hättest. Na, du hast auch gebrüllt. Ja, ich weiß. Und warum machst du das? Keine Ahnung. Ja, weil da sind wir im Klassen sprechen. Die da hinten gehen mir voll auf den Nerven, ey. Außer dem morgens, wenn ich noch voll müde bin, kann ich das voll nicht haben, wenn da hinten so wer rumlabert und wenn es sowieso nur Blödsinn ist. Und wenn du jetzt auch schreist, wird es ja nicht besser. Na und? Na was denn? Was denkst du denn, wie das später mal ein Beruf wird? Was willst du nun mal werden? Das weiß ich selber nicht. Das ist ein richtiges Mal. Nein, wir haben uns richtig gut überfühlen heute. Wir haben uns richtig gut benommen heute. So sind wir eigentlich nie. Wir sind endlich mal schlimmer. Schlimmer. Und was ist denn schlimmer? Was heißt, du bist schlimmer? Also ich meine, was heißt das? Was macht ihr sonst noch? Noch lauter sein mit Sachen schmeißen. Ja und so. Und was müsste man jetzt dann aber noch tun, damit hier Ruhe reinkommt? Damit einfach mal Ruhe ist, damit man zuhören und lernen kann. Was muss da passieren? Das ist alles interessiert. Die Zeug, die die verlabern, können wir das ja mal so machen, dass sie die hinten an Unterricht dranhängen. Es sollte nicht die ganze Klasse zusammen immer Unterricht machen, weil wir haben ja auch A und B Kurse. Und darum, da sind wir dann leiser, weil wir weniger Leute sind. Ach so, wenn ihr also in kleinen Gruppen seid, läuft es besser? Ja. Also wenn man euch teilen würde, wäre das besser? Ja. Es ist störend bei manchen Sachen, aber in A und B Kursen zum Beispiel, da sind wir also ziemlich leise. Die Stillarbeit ist beendet. Jetzt ist Pause. Der Lärmpegel steigt nur unwesentlich. Warum lassen Sie sich das gefallen und hauen nicht mal dazwischen und sagen, jetzt ist aber Ruhe hier im Karton? Ja, ich glaube, das wird auch dauernd nichts bewirken. Ich muss versuchen halt mit Argumenten oder mit Überzeugung zu wirken. Und sie haben es nie gelernt zuzuhören. Also wenn Ihnen was einfängt, müssen Sie das sofort loswerden. Aber wie kommt das? Das geht immer kreuz und quer. Das ist von Anfang an. Ich habe die Klasse jetzt seit einem fünften Schuljahr, da war das noch viel, viel schlimmer. Also das ist jetzt schon wesentlich besser geworden. Und wenn Sie beim Elternabend das zur Sprache bringen, was sagen die Eltern dann? Beim Elternabend kommen fünf Leute, seit hierher immer die gleichen. Die wissen das, die sind auch hinterher. Und bei den Kindern ist das auch nicht so massiv. Bettina Putzke ist eine Mutter, die sich kümmert. Sie kommt regelmäßig zur Elternschule ihres Hamburger Stadtteils, belegt Kurse. Und jetzt. Ich wollte fragen, ob der Kursus Grenzen setzen, ob Sie da noch Plätze frei haben. Ja, ja, der beginnt ja erst im November. Da habe ich noch einige Plätze frei. Gerne. Ja. In ihrem jetzigen Kurs, starke Eltern, starke Kinder, überlegt Bettina Putzke mit anderen Müttern, ob es normal ist, wenn Felix sich brüllend auf den Boden wirft, weil er ein Spielzeug nicht bekommt oder Angelina rot anläuft vor Wut. Ich habe vier Kinder. Das ist natürlich richtig Trubel zu Hause. Und dass dann der Große der Meinung ist, er braucht sein Fahrrad zum Beispiel draußen nicht anschließen. Und ich dann sage, was ist jetzt die logische Konsequenz? Ich kann ja nicht sagen, du darfst jetzt drei Jahre kein Fahrrad mehr fahren. Es fließen ja auch schon mal Tränen. Es kommt auch, dass eine Mutter wirklich völlig aufgelöst ist und sagt so, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dementsprechend ist es schön, wenn man dann weiß, es sitzen fünf, sechs Frauen, die einem helfen können. Wir besuchen Frau Putzke zu Hause. Uns interessiert, wie schafft es die Mutter von vier Kindern, mit ihren kleinen Tyrannen klarzukommen. Letzte Woche hast du dein Fahrrad mal wieder nicht abgeschlossen. Und ich habe dir gesagt, wenn du das nicht abschließend nachts, dann darfst du kein Fahrrad mehr fahren. Früher hat sie endlos ermahnt, dann gebrüllt und getobt. In der Elternschule hat sie den Tipp bekommen, ruhig bleiben, Regeln setzen, durchhalten. Ihr Ältester muss, weil er das Fahrrad nie abgeschlossen hat, eine Woche zu Fuß zur Schule gehen. Und auch morgens behält sie jetzt die Nerven. Vorher war es so, dass ich mehrfach hochgebrüllt habe oder Patrick aufstehen, morgens einmal, zweimal, dreimal. Und er hatte schlechte Laune, hat mich schon morgens, ich will nicht aufstehen. Das war natürlich gruselig. Und dann habe ich in diesem Kursus dieses Thema angesprochen, habe gesagt, das ist eigentlich ein Problem, was ich gerne ändern möchte. Und wir haben dann so einen Plan ausgearbeitet, dass wir ich einmal nett reingehe und sage, guten Morgen, Patrick. Beim zweiten Mal sage ich halt, Patrick, du musst aufstehen. Und beim dritten Mal wirklich nur noch ganz klar, also kurz, Patrick, das ist das letzte Mal auch mit Ankündigung, das letzte Mal, dass ich dir sage, du sollst bitte aufstehen. Und dann komme ich nicht mehr rein. Und die ersten Tage war das schwierig für mich. Da saß ich dann unten, habe gehibbelt, weil die Gefahr war einfach da, doch hochzugehen und jetzt zu verlieren. Und dann habe ich das durchgezogen und es funktioniert gut. Ich gehe halt nicht mehr hoch. Und kommt der zu spät manchmal? Nein, der kommt gar nicht zu spät. Die Kinder haben begriffen, wenn ihr Zimmer im Chaos untergeht oder sie das Geschirr nicht in die Spülmaschine räumen, lässt die Mutter das nicht mehr durchgehen. Dann gab es Ärger von Mama. Ach so. Und in wiefern gab es Ärger? Ich bleibe den ganzen Tag oben in meinem Zimmer. Ich darf nur zum Essen runterkommen. Du hast einen Stubenarrest bekommen. Und ich darf nicht mehr zu winsten. Ich darf kein Gameboy spielen. Ich darf eine Woche mit meinem Fahrrad nicht fahren. Und wenn du dann zur Mama gehst und sie ganz lieb anguckst, sagst du, ich würde so furchtbar gerne Fahrrad fahren, weil das Wetter so schön ist. Nee, das macht sie dann nicht. Nee? Nee. Da bin ich wirklich eiser. Weil ich ja weiß, ich mache ja ein Eigentor. Wenn ich dann sage, du darfst doch dein Fahrrad haben, dann lacht er sich ja. Er weiß ja genau, beim nächsten Mal funktioniert das auch wieder. Doch auch die fast uneinnehmbare Festung Putzke hat Einfallstore. Papa, der lässt uns öfters Fernsehen gucken. Der macht sogar am Sonntag immer den Fernsehen. Ja, aber das andere. Ach, Papa, der lässt sich das Herz dann doch schon erweichen. Ja, aber gucken Sie nicht das, was Sie will. Und dann, man, da müssen wir auch nicht immer die gesamten Sachen in Geschirrspüler räumen. Es gibt offenbar einen großen Bedarf an Hilfe. Lob der Disziplin, von der Pflicht zu führen oder warum unsere Kinder Tyrannen werden, stehen seit Monaten auf Bestsellerlisten. Die These des Autors, Eltern suchten in der Zeit immer größerer Verunsicherung bei ihren Kindern Halt, machten sie zu Ersatzpartnern, appellierten an Einsicht, statt Disziplin zu fordern. Die Praxis des Kinder-Psychiaters und Mediziners Michael Winterhoff in Bonn ist immer voll. Die Kinder sollen, sagt der Mann, hier nachreifen. Auch die Eltern werden in die Behandlung einbezogen. Frau Van de Grint und ihre Töchter Annik und Tessa waren lange Patienten. Jetzt kommen sie nur noch zum Abschlussgespräch. Mutter Van de Grint wurde selbst streng erzogen. Sie wollte es besser machen, ihre Kinder wie gleichwertige Partner behandeln, mit Argumenten statt Befehlen erziehen. Doch der Arzt erklärte, das führe in eine Sackgasse. Kinder brauchten Regeln und Strukturen. Das Kind hat keine Grenzen gekannt in dem Sinne und wurde dadurch zunehmend aggressiv. Sagen wir mal bei den Hausaufgaben oder so, dass sie dann an Heulkrämpfe gekriegt hat, wenn ich gesagt habe, das ist aber jetzt nicht richtig, was du da gemacht hast. Und das ist richtig und das mache ich auch nicht mehr neu. Inzwischen macht Annik ihre Hausaufgaben allein. Ohne die Mutter und ohne Geschrei. Lange hat der Psychiater mit der Familie diese Situation geübt. Man verliert dann irgendwann die Nerven, wenn man das zum 63. Mal erklärt. Und sie nimmt es nicht auf, das geht da rein, da wieder raus und irgendwann verliert man die Geduld. Egal was man gesagt hat, da kamen dann irgendwelche Widerworte, das mache ich gleich oder das mache ich später oder da habe ich aber jetzt gar keine Lust zu. Und nee, das mache ich nicht. Solche Sachen halt. So frech eben. Ja, da habe ich rumgeschrien. Zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Und auch immer, wenn meine Mutter gesagt hat, ja, das musst du jetzt allein verbessern, dann habe ich auch mal rumgeschrien und gesagt, nein, du musst es aber verbessern. So was. Ach so, du wolltest, dass deine Mutter deine Hausaufgaben verbessert und nicht du selber. Nein, dass die mir die Fehler zeigt. Und das hat sie eben meistens nicht getan. Sie hat wahrscheinlich gesagt, du musst es selbst finden und erkennen. Genau. Meistens hat sie gesagt, zum Beispiel, da ist ein Fehler drin, in Kästchen A oder B und so was. Ja, und dann hat sie mal so einen Freikrampf gekriegt. Ich wollte das Kind überzeugen. Und dieses Überzeugen, da haben sie dann irgendwann gemerkt, das führt zu nichts. Das führt zu gar nichts. Warum nicht? Weil das Kind einfach die geistige Reife nicht dafür hat, sich überzeugen zu lassen. Das ist eben diese partnerschaftliche Beziehung, dass man denkt, man steht einem Erwachsenen gegenüber, der das einfach begreifen muss. Und man setzt das eben voraus, dass dieses Kind das auch begreifen muss. Nur, wie gesagt, die geistige Entwicklung von einem Kind ist in diesem Alter einfach noch nicht so, dass man es überzeugen kann. Auch das Verhältnis zur ältesten Tochter Tessa ist inzwischen klar abgegrenzt. Ich habe eine Freundin, die geht mit ihrer Mutter um wie ihre Freundin. Und was heißt das, sie geht mit ihrer Mutter um, als sei es ihre Freundin? Also die sagt, die, naja, also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Mit einer Freundin geht man halt eben anders um als mit einer Mutter. Mit einer Mutter geht man, sag ich mal, vorsichtiger um als mit einer Freundin. Respektvoller vielleicht. Kann man das so sagen? Ja. Oder? Wie würdest du das ausdrücken? Ja, respektvoller einfach. Und die hat einfach vor ihrer Mutter überhaupt keinen Respekt. Wir gehen noch einmal zu Dr. Winterhoff. Sein Buch, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden, fordert klare Grenzen statt endloser Diskussion. Konfrontiere man Kinder nicht mit Regeln, wachse eine Gesellschaft von Egomanen heran. Für mich ist doch gravierend, dass wir Schulklassen haben, in denen wir einen hohen Prozentsatz dieser Kinder sitzen haben. Und das wird gar nicht als ein Problem gesehen. Das heißt, ein Grundschullehrer hat sich heute daran gewöhnt, einen Auftrag fünfmal zu geben. Nur, da muss man sehen, dass das Kind, das dazu führt oder den Lehrer dahin bringt, diesen Auftrag mehrfach zu geben, ja aus meiner Sicht schon ein nicht entwickeltes Kind ist. Und wenn man kleine Kinder als Partner sieht, ist eine Entwicklung nicht mehr möglich. Das heißt, man muss ein Kind wieder zum Kind werden lassen. Richtig. Als Kind sehen. Also wenn ich ein Kind als Kind sehe, weiß ich, dass ich auch Abläufe einüben muss. Wenn ich das Kind als Partner sehe, sehe ich das gar nicht mehr. Nur wenn wir Kinder als Kinder sehen, wird auch vieles wieder geleistet werden, was einfach Kinder brauchen. Also Führung, auch mal Struktur, klares Regelwerk. Eine Strafe. Ist auch wichtig im Bereich, aber eher im Bereich Kindergarten und Grundschule, weil ich da ja auch eine gewisse Anpassung erreichen muss im Unterricht, zumindest, dass Kinder überhaupt meinem Unterricht folgen. Diese Kinder sind nicht krank. Diese Kinder könnte man nachreifen lassen. Und wenn wir sie nicht nachreifen lassen, wären sie nicht lebenstüchtig. Wir fahren zu einem Ausbildungsforum in Niedersachsen. Handwerksmeister stellen sich und ihren Beruf jungen Leuten vor. Die sind im letzten Schuljahr und müssen sich bald um eine Lehrstelle bewerben. Köche und Krankenschwestern, Dachdecker und Tischler, Maler und Friseure berichten in der örtlichen Berufsfachschule von Ausbildung und Verdienst. Wer bei uns im Handwerk gute Arbeit macht, im Friseurhandwerk, der wird auch gutes Geld verdienen. Da kann ich also schon sagen, dass es so läuft. Die jungen Leute platzen nicht gerade vor Wissbegier. Und was denkst du, was der Lehrer von dir erwartet, wenn du dann mal in eine Lehre gehst? Hm. Weiß ich nicht. Sprecht ihr da in der Schule nicht drüber? Also was wahrscheinlich da so auf dich zukommt, was sie... Was denkst du denn, was er von dir erwartet? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da haben wir noch nicht so viel in der Schule drüber geredet. Ja, aber du siehst, deine Mama ist doch bestimmt berufstätig, oder nicht? Ja. Na siehst du, was erwartet denn der Arbeitgeber von ihr? Redet ihr da nicht drüber? Nö. Tischlermeister Bernd Hinze kennt das. Er redet sich den Mund fußlich, doch die jungen Leute haben keine Fragen. Wichtig ist ja, dass das Spaß bringt, dass man sich vielleicht auch mit dem Werkstoff identifizieren kann. Logisch. Hast du irgendwie spezielle Fragen? Hast du Erwartungen überhaupt an die Ausbildung? Nicht nur vielleicht in puncto Tischler oder Handwerk. Es gibt ja andere Berufe hier. Erwartungen an das, was vielleicht dein Ausbilder von dir möchte. Welche Forderungen erstellt, was du mitbringen musst. Wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Also, würde mir jetzt nichts zu einfallen. Und was denkst du, was so künftige Lehrherren von dir erwarten? Weiß ich noch nicht. Muss ich noch gucken. Pünktlichkeit ist jetzt nicht ganz so meine Stärke, aber wenn es um das Praktikum geht, dann bin ich schon pünktlich. Also, das ist schon, Frühaufstehen ist sonst nicht so das, was ich gerne mag. Also, in der Schule kommst du öfter mal zu spät, oder? Ja. Pünktlichkeit ist natürlich unheimlich wichtig, weil wenn ich eine Kundin um acht im Salon habe und die Angestellte kommt um viertel nach acht, das lässt sich schwer vertreten. Das sind so Dinge, die erwartet man eigentlich. Ganz einfache Regeln, dass man einfach guten Tag sagt, nein, danke, ja, bitte. Für mich einfach normale Dinge, die aber bei vielen heute leider nicht mehr normal sind. Wir besuchen die Tischlerei Hinze. Der Handwerksmeister hat zwei Gesellen und einen Lehrling im dritten Lehrjahr. Und, ja, ich mach jetzt gerade die Zinkenseide. Vor zwei Wochen hat ein neuer Lehrling hier angefangen und aufgegeben, seit gestern kommt er nicht mehr. Der Chef ist sauer. Sein Geselle hatte sogar angeboten, den neuen morgens mit dem Auto mitzunehmen. Doch wer nicht kam, war der Lehrling. Das ist dreimal passiert und zudem hat er eigentlich in dieser Zeit, in diesen 14 Tagen, zwei Berufsschultermine gehabt, die er nicht wahrgenommen hat. Und das funktioniert gar nicht, das kann ich mir also nicht erlauben. Ja, also der Lehrer hat dann einmal nachgefragt, Herr Hinze, war es nicht so, dass Sie auch einen Auszubildenden für dieses Jahr haben? Ich sage, ja, wieso? Ja, bei uns ist noch kein Auszubildender aufgetaucht. Und das ist natürlich, das geht gar nicht. Das können wir uns also nicht erlauben. Wir haben uns mit dem Lehrling telefonisch verabredet. Denn uns interessiert, warum hat der junge Mann seinen Ausbildungsplatz aufgegeben? Sie wollen es hören? Ja? Der ist nicht da. Ach, wir sind aber mit ihm verabredet. Das weiß ich. Das hat er mir gesagt, aber er ist nicht da. Und warum nicht? Er wollte nicht mit ihm reden. Doch, am Telefon hat er sich ja mit uns verabredet. Nee, er wollte das aber nicht. Aber vielleicht können Sie uns ja sagen, warum er nach nur zwei Wochen die Lehrstelle aufgegeben hat. Weil er hat sich dort nicht wohlgefühlt, sagt er selber. Aber ich weiß es nicht, warum. Und er wird seine Gründe gehabt haben. Aber ehrlich gesagt, ums Wohlfühlen geht es ja nicht unbedingt, wenn ich einen Beruf lerne. Nee, darum geht es sicher nicht. Aber es geht darum, dass die Stimmung ist und dass das miteinander passt. Und dass Sie mal Ihrem Sohn einfach in die Seite treten und sagen, Junge... Was wollen Sie einem 20-Jährigen in die Seite treten? Sie können ihm was sagen. Und wenn er es nicht tut, ich meine, irgendwo ist er auch ein bisschen selber verantwortlich. Guten Tag. Ich hatte eben versucht, bei Ihnen zu klingeln, aber Sie haben mich nicht gehört. Nein. Rita Knubbel-Ulrich vom Norddeutschen Rundfunktag. Warum ist Ihr Sohn jeden Morgen zu spät gekommen oder fast jeden Morgen? Hätten Sie ihn nicht aus dem Bett zerren können? Ich weiß, dass er zwar den Wecker läuten lässt, aber nicht aufsteht. Ja. Und ich habe ihn aus dem Bett gezogen. Und ich mache ihm ja Frühstück und... Kaffee und alles. Ja, genau. Er kann sich an den Frühstückstisch setzen. Er braucht nur, ja, nachher Zähneputzen anziehen und aus dem Haus gehen. Also Sie sind eine Mutter, die sich kümmert. Ja. Ja. Ja, eben. Also ich meine, es ist mir nicht egal. Nee, das sehe ich schon. Und was haben Sie gesagt, als er die Leere geschmissen hat? Mensch, nach 14 Tagen. Da könnte man doch den Jungen schaden. Ja, nicht mal 14 Tage. Oder 10, ne? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich... Also ich habe natürlich... Ich bin hier explodiert erst mal und habe geschimpft. Und gut, er hatte seine Probleme. Ein Stück weit verstehe ich das. Aber ein Stück weit denke ich, irgendwie muss er sich auch durchbeißen. Und woanders wird da auch nicht alles ihm hinterhergetragen. Also er muss das einfach lernen oder wissen, dass er jetzt arbeiten muss. Ist das so, dass Sie jetzt so ein schlechtes Gewissen haben und denken, ich habe da irgendwas falsch gemacht? Ja, was hätte ich anders machen können? Wo war der Fehler oder wo ist der Fehler? Wo lief es schon falsch? Also fängt das ganz früh an? Wo war der Knackpunkt, wo irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist? Auch hier ist irgendwann mal was schiefgelaufen. Das Arbeitsamt hat sie jetzt in die private Grone Schule geschickt. Jugendliche ohne Ausbildung, ohne Abschluss, ohne Perspektive. Hier sollen sie den Hauptschulabschluss machen und dann vielleicht eine Lehrstelle ergattern. Sie wissen, es ist ihre letzte Chance. Aber man hat ihnen nie beigebracht durchzuhalten. Freizeit von Unterricht zu unterscheiden. Sie sind zapplich, unkonzentriert, können nicht zuhören. Was hast du denn da eigentlich für ein Ding, was da runterhängt? Was ist denn das? Das ist vom Handy, vom Radio. Das Ding hast du immer im Ohr. Hörst du immer im Unterricht noch ein bisschen nebenbei Musik? Ne, ab und zu mal. Wenn es langweilig ist. Zu spät kommen ist normal. Pünktlichkeit hat hier noch keiner durchgesetzt. Jeden Tag führt die Schulleiterin Gespräche. Immer wieder kommen Schüler nicht, brechen den Kurs ab. Du hast zwölf entschuldigte Fehltage und du hast acht unentschuldigte Fehltage. Doch so viele? Doch so viele, ja. Heute Morgen bist du wiederum 45 Minuten zu spät gekommen. Warum? Weil ich den Bus verpasst habe. Warum hast du den Bus verpasst? Weil ich liege auf Toilettewagen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch keine Ausrede. Also ich möchte, dass du dir darüber bewusst bist, dass du hier die allerletzte Chance kriegst. Noch einmal zu spät oder nicht erscheint, schule ich dich aus. Mit allen Konsequenzen. Wir haben also auch Eltern, die regelrecht Angst haben vor ihren Kindern. Haben wir auch. Haben wir auch, ja. Wo die Eltern sagen, wir wären nicht mehr mit ihm fertig. Und sie hinden sie zu, dass sie das irgendwie hinkriegen. Weil wir versuchen es natürlich. Wir rufen dann natürlich an. Dann können sie nicht mal kommen oder können sie nicht mal so und so auf ihn einwirken. Meistens handelt es sich ja um Jungs. Aber es ist halt nicht der Fall. Also da haben wir ganz wenig Erfolg. Mit Elternarbeit. In der Pause erzählen sie, dass der Staat mit ihnen schon viel ausprobiert hat. Berufsgrundbildungsjahr, Kurse, Schulungen. BGJ habe ich zweimal gemacht. Farbtechnik, Raumgestaltung. Beides Mal nicht geschafft. Dann war ich auf Volkshochschule. Hattet dann meine Hauptschule gemacht. Dann hatte ich kein Geld mehr gehabt. Und dann bin ich... Wovon hast du die letzten vier Jahre gelebt? Ende Hauptschule und Anfang hier? Ja, von meinen Eltern. Und dann halt jetzt die, ich glaube, das letzte, die letzten anderthalb Jahre kriege ich, glaube ich, Hartz IV war das. Immer wieder ging es schief im Praktikum. Aber als es im letzten Betrieb nicht so geklappt hat. Bin im Chef nicht klargekommen. Also gar nicht klargekommen. Auch so mit den Mitarbeitern nicht so ganz. Man darf ja auch meistens nichts sagen. Also die ganzen Gesellen in dem anderen Betrieb haben gesagt, halt lieber deinen Mund und sag gar nichts. Und wenn man dann meistens auch den Mund aufmacht, dann ist dann auch blöd. Wieder kommen sie zu spät. Eine Viertelstunde dauert die Pause. Doch sie trudeln nach und nach ein. Ohne Entschuldigung, gemütlich, bepackt mit Einkäufen. Warum die Lehrerin sich das bieten lässt, ist uns ein Rätsel. Haben Sie Angst, dass sie dann ausrasten? Nicht, dass sie ausrasten, aber dass sie dann gar nicht mehr mit dabei sind. Und das finde ich persönlich viel schlimmer, wenn sie ganz abschalten. Und das ist meistens so, wenn man ihnen zu viele Regeln auferlegt. Sie kommen immer nur mit kleinen Häppchen erstmal zurecht. Und das ganze Programm lässt sie abschalten, dann machen sie gar nichts mehr. Dann ist es eine komplette Arbeitsverweigerung. Psychiater Michael Winterhoff sieht das völlig anders. Kein unangebrachtes Verständnis, kein Herumgeeiere, kein falsches Mitleid brauchten die jungen Leute, sondern klare Strukturen. So, wie alt bist du jetzt? Elf. Es wird im November schon zwölf. Bis im November schon zwölf. Super. Es wird ja gerne abgetan, die haben alle eine Erkrankung. So viele kranke Kinder, wie wir heute haben sollen, die haben eine Legasthenie, eine Dyskalkulie, ein ADHS. Und was es nicht alles gibt, ich will nicht bezweifeln, dass es diese Störung gibt, aber sicherlich nicht in dieser Menge. Denn ich bin 25 Jahre im Fachberuf, warum haben wir vor zehn Jahren nicht so viele Kinder gehabt. Also die, meines Erachtens liegt die Störung tiefer. Und wenn es Entwicklungsstörungen sind, nochmal sehr klar gesagt, sind sie zu beheben. Im Betriebspraktikum in der Maschinenfabrik sind die Regeln klar. Auch für die Schüler von Deutschlehrer Schöndorf in Erzen. Als sie sich bei unserem Besuch in ihrer Klasse Gedanken über das Rauchen machen sollten, waren sie zapplich, brüllten dazwischen, waren kaum zu bändigen. Jetzt müssen sie sich konzentrieren. Und siehe da, es geht. Sie sind aufmerksam, bemüht und lammfromm. Hallo. Morgen, Herr Selenski. Guten Tag, Herr Helms. Wie macht Sie denn unser Schulpartikant? Der macht sich gut, ja. Sind Sie sehr mit zufrieden? Ja, arbeitet sehr gut mit. Sein Verständnis für die Montage? Das wird immer besser und besser. Wenn ich Anweisung kriege, mache ich sie sofort. Ja. Wie ist das in der Schule? Machst du das da auch sofort? Mit zweimal sagen in der Schule. Es dauert ein bis zweimal, bis man mir was sagt und dann mache ich es. Wenn ich zum Beispiel Lehrer nicht mag. So. Und wenn du den Ausbilder nicht magst? Es ist egal. Das ist ein weltweiter Betrieb. Da muss man. Oder man will, ob man will oder nicht. Also wenn ich jetzt merke, dass ein Praktikant die Angaben, die ich ihm vorgebe, nicht befolgt, dann habe ich mit ihm ein Gespräch. Dieses Gespräch findet einmal statt. Beim zweiten Mal habe ich also die Möglichkeit, den Praktikanten wieder zur Schule zurückzuschicken. Und das machen Sie dann auch? Das mache ich dann auch, ja. Und das wissen die auch? Das wissen die auch. Das heißt also, die reißen sich dann vermutlich auch am Riechen? Das ist schon mal vorgekommen und sowas spricht sich natürlich auch schnell rum. Die Fabrik spendiert der Abschlussklasse sogar noch einen Benimmkurs. Die Klasse ist geteilt und auch hier nicht wiederzuerkennen. Wie begrüßt ihr? Das ist der Anfang, der Beginn. Ihr sagt freundlich, guten Tag. Habt ihr das schon einmal erlebt, wer zuerst begrüßt wird zum Beispiel? Bitte. Die Damen begrüßt man zuerst. Ja. Und wer? Der Herr, die Dame? Ja. Diesmal sollen Vorstellungsgespräche geübt werden. Können Sie sich da vorne hinsetzen? Schönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, Herr Lange. Schön, dass Sie da sind in unserem Haus. Also ich finde, er hat gleich Hallo gesagt. Also man sollte lieber, glaube ich, guten Tag sagen. Er hat seinen Namen nicht gesagt. Er hat nicht gesagt Lange oder so. Er war, finde ich, viel zu verspannt. Und er hat immer, hm, gesagt. Also ich bin begeistert über diese Aufmerksamkeit hier und Konzentration, mit der alle mitarbeiten. Und ich finde das ganz toll. Du hast jetzt ein Betriebspraktikum gemacht. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Schule und Betrieb? Dass man nach der Arbeit da viel mehr geschlaucht ist. In der Schule ist man überhaupt nicht geschlaucht. Da kommt man nach Hause, ja. Und dann sieht man seine Freunde und dann labert man auch mal in einer Stunde oder so. Und das kann man sich da nicht erlauben. Da muss alles schnell gehen und alles zeitmäßig erledigt werden. Und wenn das nicht sauber erledigt wird, kriegt man einen Einlauf. Und wenn es sauber erledigt wird, wird man gelobt. Und das ist halt in der Schule gar nicht so. Die Kinder dieser Schule brauchen keinen Benimmkurs. Sie kommen aus gutbürgerlichen, wohlsituierten Elternhäusern. Aber Disziplin ist kein Schichtenproblem. Das Hamburger Johanneum gilt als sogenannte Gelehrtenschule, an der Latein und Griechisch unterrichtet wird. Die Schüler sind eloquent, werden wahrscheinlich irgendwann Abitur machen und studieren. Doch diszipliniert sind sie nicht. Unterricht in der achten, Geografie bei Klassenlehrer Gundolf Herrmann. Doch ob er schon da ist oder die Linde rauscht, interessiert erstmal keinen. Es wird weiter gequatscht, die Haare gekämmt, schnell noch was getrunken. Dann begrüße ich schon mal die, die schon fertig sind. Guten Morgen. Thema heute Wirtschaft, Landwirtschaft der USA. Erste Aufgabe heißt Textlesen, Seite 38. Und dann kommt die Aufgabe dazu, gleich in Kleingruppe, Tischgruppe, beschreibe die Daten zur Landwirtschaft. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Soll ich den Kuss auf den Mund geben? Nein, sollst du nicht. Die sind nicht schwul. Bring mehr. Die wollen den Raucherraum, weil da draußen raufen die ja immer. Übrigens finden sie, dass sie sich bei ihrem Klassenlehrer musterhaft verhalten. Bei Herr Herrmann hat man noch Respekt. Da gibt es Lehrer, bei denen hast du keinen Respekt. Weniger. Weniger, sagen wir es so. Und wie ist da der Unterricht? Dann ist es laut oder wie? Sehr laut und chaotisch halt. Was verstehst du unter chaotisch? Ja, keiner hört dem Lehrer zu und alle machen, was sie wollen. Da ist nur Chaos. Also, ne, da geht gar nichts. Wir machen nur Scheiße. Das geht gar nicht. Also, wenn einer durchgreift, dann bist du auch still. Ja. Was muss ein Lehrer tun, damit ihr Respekt habt? Strenger sein. Und wie ist das zu Hause? Musst du dann sofort gehorchen, wenn dein Vater oder deine Mutter sagt, so, jetzt räumst du mal auf und machst du mal Hausaufgaben? Nein, vielleicht, ich sollte es, aber ich mache es nicht immer. Ich diskutiere durchaus gerne mit meinem Vater. Ja, okay, ein bisschen diskutiert schon, aber... Wegen was? Wenn ich finde, dass mein Zimmer aufgeräumt ist, er aber nicht, dann diskutiere ich mir ziemlich lange manchmal. Wie denkst du, wie das später mal wird, wenn du mal berufstätig bist? Sonst werde ich einfach Chef. Sonst wirst du Chef. Chef wollen alle werden. Ob die ehrwürdigen Pädagogen, deren Porträts an der Wand hängen, sich hätten träumen lassen, dass Schüler heute ständig diskutieren und Eltern sie deshalb für besonders aufgeweckt halten? Es gibt auch Väter und Mütter, die sogar Tobsuchtsanfälle als Ausdruck der starken Persönlichkeit ihrer lieben Klein interpretieren. Was ihnen fehlt, ist eine ganz klare, wenn man sagt, nein, dass das Nein auch gilt. Dass man das auch so meint. Also, dass nicht diskutiert wird? Nein, muss nicht diskutiert werden, sondern das ist so, wir machen das jetzt so. Und wir können auch nicht alles, ich kann auch nicht alle Teile den Schülern freistellen, mach das mal. Natürlich gibt es bestimmte Altersstufen, wo man sagen kann, das könnt ihr selber entscheiden. Aber es gibt Bereiche, wo ich entscheiden muss. Also ich habe auch Schüler, die sagen, nö. Und dann schütteln die den Kopf. So, sie verziehen die Nase. Und man sagen kann, Entschuldigung, hier nicht. Manchmal denke ich auch, woher haben sie das? Und dann gibt es für mich nur eine Erklärung, die heißt, zu Hause funktioniert das. Ab hier ist Schluss mit Diskussion und Fußaufstampfen. In der Arbeitswelt weht ein anderer Wind. Und wer bis jetzt nicht Bitte, Danke und Guten Morgen sagen konnte, lernt es spätestens hier. Das Hotel hat seine Lehrlinge vom ersten Tag an unter Wind. Jawohl, Frau Lotz, genau so haben Sie es richtig gemacht. Der Gast wird begrüßt, entsprechend der Tagesform. Guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann Sie das Essen hinbringen. Und achten Sie auch drauf, wenn Sie englisch sprechende Gäste haben, die natürlich in Englisch zu begrüßen. Und wir werden jetzt gleich dann auch weiter starten, wie wir das Frühstück oder je nachdem das Essen ins Zimmer bringen. Wir starten jetzt mit dem Anklopfen. Sie lernen dreimal anzuklopfen und nicht gleich, auch wenn Ihnen danach ist, ins Zimmer zu stürmen. Am Eingang üben sie, höflich zu sein, aufmerksam auf Gäste zuzugehen. Guten Tag, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich suche die Toiletten. Ja, natürlich, sehr gerne. Ich begleite Sie ein Stück. Dankeschön. Super, Frau Abir, wir haben das ja gerade nochmal schön geübt. Sie wurden reingekommen, ich habe ein bisschen Hilfesuchend gemacht, dass Sie auf mich zugekommen sind. Super gemacht, schön erkannt, dass ich hilfesuchend bin, mich begleitet. Toll, prima. Dankeschön. Lehrlinge haben sechs Monate Probezeit und werden scharf beobachtet, erfahren wir. Also ich hätte nie gedacht früher, dass ich das irgendwann mal sagen würde, die Jugend von heute. Also ich habe selber hier meine Ausbildung gemacht vor elf Jahren, das ist schon ein Weichenher, demzufolge weiß ich, wie wir damals waren in der Azubie-Einführung. Und heutzutage ist es einfach, da gibt es dann auch mal einen vorlauten Spruch im Training oder ja, kommt vielleicht auch mal einer für zwei Minuten dann doch zu spät im Training. Nur wir greifen da schon gleich ein. Viele Hamburger Betriebe arbeiten mit Schulen zusammen, machen Lehrern und Schülern deutlich, was sie erwarten. Das trägt Früchte. Die Otto-Hahn-Schule liegt in einem sogenannten Hamburger Problemstadtteil. Die Kinder kommen aus allen Erdteilen zwischen Hamburg und Haiti und haben oft eine beschwerliche Kindheit hinter sich. Eigentlich erwarten wir hier Chaos und werden vollkommen überrascht. Erst einmal wünsche ich allen einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Franzin. Und jetzt möchte ich gerne, dass wir die Aufgaben, die da stehen, vorlesen, damit ihr erstens wisst, was ihr tun sollt. Und zweitens Fragen dazu stellen könnt, wenn ihr was nicht verstanden habt. Welche Voraussetzungen beim Arbeiten sind zu beachten? Wenn man eine neue Aufgabe holt, dann muss man sie leise holen. Ja, ich sage, man soll flüstern. 20 Zentimeter Stimme, genau. 20 Zentimeter Stimme heißt bei Klassenlehrerin Frau Ramin, dass hier nicht quer durch den Raum gebrüllt wird. Auch bei Gruppenarbeit kein To-Wa-Bo ausbricht. Genau, das ist der Daumen. Der zeigt da zum Daumen. Die Lehrerin hat ein System ausgetüftelt, damit jeder weiß, wann es zu laut wird. Na ja, mal noch. Seien wir mal nicht so, ne? Gut. So, weil die Klasse wieder leiser geworden ist, können wir das wieder ändern. Ach so, das ist Ihr Bewertungssystem, wie die Kinder sich benehmen. Das ist eine Rückmeldung, ohne dass ich sprechen muss, dass ich also den Kindern signalisiere, im Augenblick ist die Arbeitsatmosphäre in Ordnung oder es fängt an, kritisch zu werden oder es ist zu laut. Disziplin zu erreichen ist anstrengend, erfordert Konsequenz von den Personen, die sie haben wollen. Und Kinder erwarten Grenzen und wenn sie diese nicht bekommen, dann nutzen sie den Spielraum, den sie haben, aus. Das Grenzen setzen wiederum ist auch anstrengend. Also von daher ist es eine Arbeit, die auf beiden Seiten geleistet werden muss. Und wenn die eine Seite sie nicht leistet, kann die andere auch nicht nachfolgen. Für gutes Betragen und Pünktlichkeit, dafür, dass Bücher und Hefte immer parat sind, verteilt die Lehrerin Gutscheine und am Ende der Woche eine kleine Belohnung. Ordentlich benommen und du hast auch immer alle Sachen dabei. Ich bekomme heute einen Lieder. Und du hast zweimal irgendwie Mist gebaut, ne? Ja, und heute bekomme ich einen Lieder. Nee, den Zusatzgutschein. Und du? Du hast auch alle und sogar einen Zusatzgutschein. Nein, endlich alle. Ich hatte auch noch einen anderen und den habe ich schon. Jeder Schüler hat Pflichten, muss aufräumen, Müll wegbringen. Die Lehrerin ist überzeugt davon, dass sie mit klaren Regeln das Fundament für die Zukunft ihrer Schüler legt. Doch sie würde sich gerne noch mehr um jeden Einzelnen kümmern. Das, was ich hier leiste oder was wir alle hier leisten, ist Beziehungsarbeit. Und diese Beziehungsarbeit, die braucht Zeit. Und diese Zeit haben wir heute nicht mehr. Im Vorübergehen zwischen Tür und Angel, Beziehungen aufbauen, ist schlechterdings unmöglich. Ob die Lehrerin sich woanders wohler fühlen würde? Wir sind auf dem Weg ins Nobelinternat Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Lernbedingungen dort sind idyllisch, haben wir vorab dem Prospekt entnommen. Die Eltern dieser Kinder klinken sich aus dem desolaten staatlichen Schulsystem aus, sind bereit, im Monat rund 2500 Euro für die Zukunft ihrer Söhne und Töchter zu bezahlen. Wir kommen rechtzeitig zur allmorgendlichen Schulversammlung. 230 Schüler hören sich an, was der Tag so bringt und gehen nicht über Tisch und Bänke. Guten Morgen. Morgen. Heute wollte ich erinnern, dass die Reiter heute nach Sommersdorf gehen. Das betrifft Annika und Marie Lehmann, Lucy Wegner, Sarah Düber, Anna und Tamasch. Und ihr seid bitte um 14 Uhr abfahrtsbereit. Einen schönen Tag für euch. In jeder Klasse lernen maximal zwölf Schüler, hören wir. Es gibt also Ruhe und Zeit fürs Lernen, für Erziehung, Charakterbildung. In Klasse 10 werden heute Gedichte interpretiert. Wir sind so kurz vor der Klausur nochmal an einem Gedicht, an einem allerletzten Gedicht, uns darauf einzustellen. Zur Grabesstille trägt sicher auch unsere Anwesenheit bei, aber bei so wenigen Schülern kann auch keiner ausbrechen. Obwohl du natürlich recht hast, das stimmt, kann ich schon mal bestätigen. Max? Ja, es geht halt weiter in der vierten Strophe, es sind so schöne Münder. Ich habe jetzt in meinem dritten Jahr angefangen, war vorher zwei Jahre auf einer staatlichen, staatlichen Gymnasium. Und das war, da war ich mit 33 Leuten in einer Klasse und das kann man hier mit extrem nicht vergleichen, weil da haben halt alle rumgeschrien und niemand hat das gemacht, was der Lehrer wollte und so. Und klar, es war halt irgendwann lustig, aber es bringt halt letztendlich nichts. Man steht halt mit einem Unterricht auf, es ist den Lehrern einfach scheißegal. Ja, wir waren auch 33 Leute in unserer alten Klasse und haben eigentlich auch gemacht, was wir wollten. In der staatlichen Schule? Im Gymnasium? Ja. Haben nicht auf unsere Lehrer gehört, keine Hausaufgaben gemacht, alles sowas. Und hier ist einfach der Vorteil, dass der Lehrer halt auf jemanden eingeht und nicht halt, wenn die Stunde vorbei ist, ist für ihn auch der Job vorbei. Das Internat sucht sich die Lehrer aus und die müssen bereit sein, bis zum Abend für die Schüler da zu sein, den Stoff, falls nötig, noch einmal zu erklären und mit den jungen Leuten ihre Freizeit zu verbringen. Sie lernen ihre Schüler rundherum kennen, nicht nur als schlechten Rechner, sondern vielleicht auch als guten Volleyballer oder Musiker. Also die zwölf Schüler, die kennt man nun wirklich gut und man weiß ganz genau, wo der Einzelne steht und wo er Schwächen hat und wo er Stärken hat und kann natürlich dann auch individueller eingreifen. Und das sorgt also schon ja auch dafür, dass die bei der Stange bleiben müssen. Also wenn die sagen, die können nicht recht ausbrechen, obwohl sie vielleicht ganz gerne mal wollten, das ist so, weil die ja wirklich eigentlich permanent gefordert sind. Es vergeht ja keine Stunde, in der sie nicht mindestens zwei, drei, vier Mal drankommen und insofern besteht auch weniger Gelegenheit auszubrechen. Sie sind zum Beispiel oftmals am Anfang nicht gewohnt, sich an Regeln zu halten und dass das einmalig gesprochene Wort auch zählt. Die fangen dann an zu diskutieren mit Ihnen? Ja, diskutieren und probieren es auch aus, haben es nicht dabei und ich denke, das ist einfach etwas, was sie von zu Hause nicht kennen vielleicht oder aus anderen Schulen auch. Es ist auch vielleicht gar nicht möglich mit 32 Leuten das alles so genau zu überwachen und zu checken, ob jeder Einzelne seine Leistung erbracht hat. Das fällt uns hier natürlich viel leichter. Jeden Nachmittag gibt es Sport, Musik, Theatergruppen. Das Klima verbessert sich, sagt der Sportlehrer, wenn man nicht nur gemeinsam am Satz des Pythagoras verzweifelt, sondern sich auch mal auf die Matte werfen kann. Hier übernehmen ältere Schüler die Betreuung für die Jüngeren. Das wäre in staatlichen Schulen auch problemlos machbar. Vielleicht mit Studenten, die nicht erst nach dem Examen entdecken, dass sie mit Schülern nicht klarkommen. Diese Kinder haben in staatlichen Schulen nicht versagt, aber sie selbst merkten, dass sie dort zu wenig lernen. Ja, also da wurden halt, ja, eigentlich wie es jetzt steht, da wurden halt ganz viele Manufakturen neu gebildet. Wenn die jetzt nicht klarkommen müssen, fragst du Rieke oder was? Ja. Und kann sie das? Ja. Hier ist es schöner als ihr, in meiner alten Schule. Auf meiner alten Schule wurde ich, naja, nicht so nett behandelt. Haben dich die Mitschüler gemobbt oder was war das Problem in deiner alten Schule? Ja, ja. Was haben sie denn gesagt oder warum haben sie dich gemobbt? Na, weil da war ich richtig jung und irgendwie anders als die anderen fanden sie und deswegen war ich so der Außenseiter. In meiner alten Schule waren halt eher so die, die nicht zur Schule gehen wollten, aber ihre Eltern sie ans Gymnasium gesteckt haben. Und hier wollen die meisten halt auch lernen. Und du willst auch lernen? Ja. Warum? Damit ich dann eine gute Zukunft habe und ich vielleicht die Firma von meinem Vater übernehmen kann. Unsere Reise zu kleinen und großen Tyrannen hat uns gezeigt, gute Lernbedingungen dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Wenn sich über 30 Kinder in Klassen drängeln, wird Unterricht unmöglich. Pisa lässt grüßen. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen Grenzen und das erfordert Mühe. Wir sind Mädchenmannschaft. Ihr kriegt fünf Tore Vorgang. Und ihr könnt da ein bisschen Farbe ins Spiel nehmen. Kurz, kurz rum. Danke. Danke. Danke.